Musik 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 Ich kann gar nicht glauben, dass wir in ein paar Tagen schon drei Jahre zusammen sind. Am 4. April 2021 haben wir uns ja gegenseitige Liebe gestanden. Weißt du noch, wie wir unser einjähriges Jubiläum verbracht haben? Ja klar, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Hallo Annika, komm rein. Malte ist in seinem Zimmer. In Ordnung, danke Charlotte. Oh Mann, heute sind Annika und ich seit einem Jahr zusammen. Wie schnell die Zeit vergeht. Oh, da kommt sie ja schon. Hallo Malte. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Alles Gute zum Jahrestag. Dir auch. Ich habe natürlich ein Geschenk für dich dabei. Ich habe auch eines für dich. Pack du zuerst aus. Wow, das Buch, das ich schon immer haben wollte. Danke. Sehr gerne. Und jetzt packe ich deines aus. Oh, eine wunderschöne Karte und ein Zettel. Wir verbringen den Tag zusammen, so wie du möchtest. Was? Wirklich? Das ist so großzügig von dir. Gerne doch. Gehen wir zuerst ins Shoppingcenter? Okay, das dachte ich mir schon. Ich laufe nach Hause und hole Geld. Lass uns in einer halben Stunde vor eurem Haus treffen. Ist gut, bis gleich. Mama? So, noch die letzte Reihe nähen. Oh Mann. Seit Mama wieder angefangen hat zu nähen, hört sie mir gar nicht zu. Mama? Äh, ja mein Schatz? Bist du wieder zu Hause? Ich wollte dich nur fragen, ob du mir etwas Geld geben könntest, denn ich gehe mit Malte ins Shoppingcenter. Ja, in Ordnung. Ein Moment. Hier, bitte sehr. Danke Mama. Hallo Annika. Da bist du ja. Ja, es hat etwas länger gedauert, da ich mich noch von meinen Geschwistern verabschieden musste. Ach so, ich verstehe. Komm, wir gehen los. Oh, schau mal dieser Stand. Sollen wir uns da etwas holen? Ja, gute Idee. Aber zuerst kaufe ich mal etwas viel Wichtigeres. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Guten Tag. Ich hätte gerne diese Rose hier. Ja, gerne. Das macht dann ein Euro. Hier, bitte sehr. Vielen Dank. Hier Annika. Oh, danke Malte. Die Rose ist wunderschön. Toll, dass sie dir gefällt. Komm, wir gehen nach oben. Ähm, da vorne ist Paul. Oh je. Ich ahne schon, was gleich passieren wird. Oh, hallo ihr beiden. Schön am Einkaufen und Küssen. Sehr witzig, Paul. Ich sage nur Marie. Ähm. Komm, Paul, wir müssen weiter. Ja, ich komme schon. Viel Spaß euch noch. Oh, guck mal Malte. So ein schöner Rock. Ja, wunderschön. Willst du ihn mal anprobieren? Ja, sehr gerne. Ich bin gleich wieder da. Und? Wie sehe ich aus? Total toll. Genauso wie damals, vor allem ja. Mir gefällt er auch. Okay, dann kaufe ich ihn. Hallo. Ich werde gerne diesen Rock kaufen. Ja, klar. Das macht dann 10 Euro. In Ordnung. Hier ist das Geld. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Sollen wir nach unten ins Café gehen? Ja, in Ordnung. Hm. Hier gibt es so viele tolle Sachen. Wie soll ich mich da bloß entscheiden? Hallo, ihr beiden. Was darf es denn sein? Ich hätte gern einen Schokodonut. Für mich bitte einen rosa Muffin. Ja, kommt sofort. Hier, bitteschön. Das macht dann 2 Euro. Ich bezahle, okay? Danke, Malte. Das ist wirklich lieb von dir. Oh, die Stehtische sind nur für Erwachsene. Dann gehen wir eben in den Park. Ja, gute Idee. Komm, wir setzen uns da drüben hin. Ja, das ist ein guter Platz. Wie schmeckt dein Muffin? Sehr gut. Und wie sieht es bei dir aus? Mein Donut ist auch sehr lecker. Das freut mich. Oh, schau mal. Da vorne ist meine Cousine und beste Freundin Amea mit ihrer Mutter. Irgendwie sehen wir heute beide unsere besten Freunde. Hallo Amea. Hallo Annika. Was machst du denn hier? Das gleiche sollte ich wohl dich fragen. Aber erst einmal, heute vor einem Jahr, am 3.4.2021, haben Malte und ich uns gegenseitige Liebe gestanden. Oh, wie schön. Ich bin hier, weil meine Mutter, die ja Pianistin ist, gleich hier spielen wird. Oh, wie toll. Tante Steffi kann so toll Klavier spielen. Ich glaube, es geht los. Wow, sehr schön. Wir müssen jetzt aber auch weiter. Okay, dann tschüss. Tschüss. Und wo gehen wir jetzt hin? Zu dir nach Hause. Wie wäre es, wenn wir Wer würde eher spielen? Gute Idee. Am besten Sie fragen Mama, ob sie Fragen für uns vorbereiten kann. So, hier kommt die erste Frage. Wer würde eher bei einem Film mitspielen? Das ist ja ganz einfach. Okay. Wer würde sich eher die Haare lila färben? Ja, lila ist nämlich meine Lieblingsfarbe. Aber ob ich sie wirklich als Haarfarbe nehmen soll, da bin ich mir nicht so sicher. Machen wir weiter. Wer würde eher ein Wettbewerb gewinnen? Kommt darauf an, was für ein Wettbewerb. Genau. Bei einem Gesangswettbewerb würde wohl eher ich gewinnen. Und bei einem Wissenswettbewerb Malte. Wer würde eher eine ganze Schokoladentafel auf einmal aufessen? Ich liebe Schokolade. Ich auch. So, und zuletzt noch. Wer würde sich eher im Sommer winterlich anziehen? Das ist doch offensichtlich. Du hast immer deinen warmen Pulli an. Da hast du wohl recht. Das war ein schöner Tag, oder? Ja, auf jeden Fall. Hm, das Essen aus dem Café war so lecker. Ja, aber das an deinem Geburtstag auch. Mama, ich gehe jetzt los zu Annika. Ja, viel Spaß. Hallo Malte, komm rein. Schön, dass du da bist. Hallo Annika, hier ist dein Geschenk. Danke. Meine anderen Geschenke habe ich auch noch nicht ausgepackt. Das mache ich dann jetzt. Ja, wir bereiten hier nur noch alles vor. Währenddessen könnt ihr ja kurz nach oben gehen. Okay. Was sollen wir machen? Ich habe eine Idee. Ich zeige den Zuschauern das Obergeschoss. Wir beginnen direkt hier, im Zimmer von mir und meinem Bruder Lukas. Er ist übrigens zwölf Jahre alt. Hier steht mein Bett und ein Regal mit Spielzeug. Dahinter hängt dann eine lila Tapete. Darauf habe ich drei Kakteen geklebt. Hier liegt dann mein großes Kuschelkissen. Und dort ist das Schreibtisch. Der ist eigentlich ein Flägenbildregal. Dort drüben ist Lukas Bereich. Nun gehen wir rüber in Mamas Nähzimmer. Wenn sie sich nicht gerade um die Babys kümmert oder im Haushalt arbeitet, verbringt sie hier die meiste Zeit. Und nun kommt mit ins Badezimmer. So sieht es aus. Am besten gefällt mir die sommerliche Tapete an der Wand. Nun blende ich euch noch Bilder vom Untergeschoss ein. Für das Babyzimmer wird es noch ein extra Video geben. Kinder, ihr könnt kommen. Oh, hier sieht es aber schön aus. Ja. Und hier sind deine Geschenke. Dieses hier ist von mir. Oh, eine Fee. Wie schön. Jetzt das nächste Geschenk. Und jetzt das größte. Wow. Das Playmobil Krankenhaus. Danke, ich freue mich so. Gerne doch. Hier, dieses Geschenk ist noch von Oma und Opa. Super, das Jugendzimmer. Also mir haben meine Geschenke sehr gefallen. Das freut uns. Hier hast du noch etwas Geld. Geh doch zusammen ein Eis essen. Und währenddessen bereiten Papa und ich alles für die Party vor. Das ist eine super Idee. Komm Malte. Da drüben ist der Eisverkäufer. Hallo. Welches Gelato darf es denn für euch sein? Ich hätte gerne Erdbeere in der Waffel, bitte. Und für mich bitte Waldmeister. Gerne, gerne. Kommt sofort. Hier, bitte sehr. Komm, wir setzen uns da drüben hin. Ja, gerne. Ähm, Annika? Ja, wollen wir tanzen? Oh, ja, gerne. Ich habe eine Nachricht bekommen. Wir sollen nach Hause kommen. Die Party geht gleich los. Okay. So, die Getränke und das Essen richten. Ah, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Mama. Wie lange dauert es noch, bis die Party losgeht? Noch etwa 20 Minuten. Einige Zeit später. Ah, das müssen sie sein. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Na Annika, wie sieht es aus? Möchtest du zuerst deine Geschenke auspacken oder Kuchen essen? Bitte, bitte Kuchen essen. Hm, Geschenke auspacken. Okay, dann macht es euch im Wohnzimmer gemütlich. Zuerst packe ich Armeas Geschenk aus. Oh, ein Playmobil-Set. Wie schön. Danke, Armea. Gerne. Ich wusste, dass es ihr gefällt. Danke, Clara und Marie. So, und jetzt Pauls Geschenk. Au, das Geschenk hat mich gepikst. Hm, lass mal sehen. Tatsächlich. Mann, Paul. Was hast du denn da reingetan? Hehe, pack es aus. Dann wirst du sehen. Okay. Ein Kaktus. Danke, Paul. Moment mal. Du freust dich? Ja, ich liebe Kaktin. Der passt sehr gut zu meiner Deko im Zimmer. Oh, na dann ist ja gut. Und jetzt noch Maltes Geschenk. Das kann ja nur gut sein. Diese Katze ist ja zuckersüß. Danke, Malte. Wieder Zeit gerne. Können wir jetzt endlich Kuchen essen? Hans! Ähm, aber ja, jetzt könnt ihr Kuchen essen. Bedient euch. Oh, dieser Kuchen war so lecker. Ja, den hat meine Oma gebacken. Ess doch auch vor den Äpfeln und Bananen. Die sollen aufgegessen werden. Du isst doch selber nur süßes, Hans. Wo sind eigentlich deine Geschwister, Annika? Oh, die schlafen gerade. Cool, ein Radio. Ähm, jetzt nicht mehr. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Schon gut, Paul. Sie haben zum Glück gerade genug geschlafen. Da kommt mir eine Idee. Wollen wir Stopp-Tanz spielen? Darf ich auch mitmachen? Na gut, Papa. Ich bediene den CD-Player. Auf die Plätze. Fertig. Los. Marie, du hast dich bewegt. Du bist leider raus. Oh, schade. Malte, du musst raus. Ja, jetzt sind nur noch Clara und ich im Rennen. Der Sieger steht schon fest. Der Sieger steht schon fest. Schaut mal, was ich kann. Hilfe, ich kann mich nicht mehr halten. Tja, Papa, du hast leider verloren. Oh Mann, ich habe den Halt verloren. Clara, als Gewinnerin bekommst du ein Eis. Danke. Das wollte ich doch haben. Schau mal, Papa. Da drüben sind noch Äpfel und Bananen übrig geblieben. Die soll noch aufgegessen werden. Sehr witzig. Unsere Väter sind uns sehr ähnlich. Das stimmt. Aber Johannes ist ein wirklich talentierter Architekt. Das Café, das er entworfen hat, sah wunderschön aus. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Ah, hallo Johannes. Schön, dass du wieder da bist. Das Café, das ich geplant habe, ist übrigens fertig gebaut worden. Darf ich mal sehen, wie es aussieht? Ja klar, ich kann dir ein Foto auf meinem Laptop zeigen. Hier ist es. Das sieht ja schön aus. Können wir da vielleicht hingehen? Grundsätzlich schon. Aber leider habe ich noch so viel im Haushalt zu tun. Aber du kannst dir Annika fragen, ob sie mit dir hingeht. Das ist eine gute Idee, Mama. Ich rufe sie an. Ja, hallo. Hallo Annika, hier ist Malte. Oh, hallo Malte. Was gibt es denn? Ich wollte dich fragen, ob du mit mir ins neue Café gehen möchtest. Klar, aber warte kurz. Mama, darf ich mit Malte in dieses neue Café in der Stadt? Ja, in Ordnung. Aber bleib nicht zu lange. Du musst deine Mutter übrigens nicht nach Geld fragen. Ich lade dich natürlich ein. Danke Malte, das ist lieb von dir. Oh, wie süß. Hans. Viel Spaß, Annika. Danke, Mama. Bis später. Du hast es ja gehört. Wir treffen uns dann gleich beim Café. Ja, bis gleich, Süße. Süße? Nicht dein Ernst. Mein kleines Mädchen geht mit einem Jungen aus. Zu deinem Glück hast du mehrere kleine Mädchenhands. Und Lea kannst du gleich wickeln. Mann, Katrin. Ah, da vorne kommt er ja. Schön, dich zu sehen. Komm, wir gehen rein. Das sieht ja wirklich schön aus. Ja, bestell du zuerst. Hallo, ich hätte gerne diesen Waffen hier. Und ich hätte gerne den. Ja, gerne. Wollt ihr noch etwas trinken? Ja, ein Glas Kirschsaft bitte. Für mich bitte dasselbe. Okay, ihr könnt euch an den Tisch dort drüben setzen. Ich bringe euch dann gleich eure Bestellung. Und, wie geht es dir? Gut, immer wenn ich mit dir zusammen bin. Mir geht es genauso. Meine kleinen Geschwister können jetzt übrigens schon an der Hand laufen. Wow, das ist ja toll. Meine Cousine Lena kommt bald in den Kindergarten. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, das stimmt. So, hier ist eure Bestellung. Guten Appetit. Danke. Das schmeckt sehr gut. Ja, finde ich auch. Ach ja, Annika. Ich wollte dich noch etwas fragen. Das ist zwar schon klar, aber ich habe dich das noch nie offiziell gefragt. Oh, da bin ich gespannt. Annika Luise Kremer. Willst du meine Freundin werden? Ja, natürlich. Das war's auch schon mit dem Mega-Pack. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.